Untertitelung des ZDF für funk, 2017 zu publizieren, auf der einen Seite aber auch zu kuratieren, zu finden, zu suchen, zu kombinieren. Auch die soziale Dynamik, die in der Hörerschaft und in der Podcast-Landschaft generell sich abbildet, die irgendwie zu fassen und im Netz zugänglich zu machen. Und ich habe hier einen skeptischen Blick. Ich soll einfach weitermachen. Ja, ich leite weiter hier zu Isi und der erzählt euch alles über Füt und warum das so heißt. Das werden wir heute erfahren, oder? Nein? Okay, Mysterien bleiben erhalten. Viel Spaß. Schön, dass ihr da seid. Erschreckend, dass es so viele sind. Tim hätte einfach weitermachen können. Eigentlich hat er ja schon alles Wesentliche gesagt. Es geht um Suchen, Finden und vor allem darum, es anderen zu erzählen, was man gefunden hat und was man toll findet. Eins vorweg, mit Namen. Mit Namen habe ich es nicht so. Es ist nicht so meine Stärke. Werdet ihr gemerkt haben, das ist auch der Grund, weshalb bei uns zu Hause, wenn es ein neues Lebewesen im Haushalt gibt, meine Frau dafür zuständig ist, die Namen zu geben. Den da zum Beispiel. Hart am Cat-Content. Auf dieses Bild und auf diese Geste musste ich fast vier Monate warten. Dann hatte ich es im Kasten. Seitdem, naja. Ben. Es begab sich zu der Zeit, dass Flatter irgendwie so ein bisschen schwächelte. Das ist eine Weile her. Ich glaube ungefähr ein Jahr. Etwas über ein Jahr. Instacast verschwand von der Bildfläche. Autoflatter verschwand. So die letzte Möglichkeit, die man hatte. Relativ schmerzfrei. Und niederschwellig Geld unter den Podcasts. Menschen zu verteilen. Und ich begann dann, auf den Webseiten der Podcasts da rum zu wühlen. Am Ende des Monats. Oder wenn ich mal ein bisschen Zeit hatte. Und habe Buttons geklickt und gesucht und gemacht. Und irgendwann ging mir das fürchtlich auf den Keks. Und da dachte ich mir, was soll denn der ganze Quatsch? Nimm doch den Kram, den du da hast in deinem Podcatcher. Exportiere dir die Daten davon. Mach eine kleine Webseite, wo du das alles hochlädst. Und lass dir doch die Flatter-Buttons automatisiert generieren. Und dann gehst du, was weiß ich, alle paar Tage immer vorbei. Sagst hier, ich bin der Christian. Zeig mir mal bitte meine Podcasts. Und dann kannst du da in einem Stück durchklicken. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Es läuft noch, aber es funktioniert nur so mittelprächtig. Warum das so ist, kann ich euch nachher erklären. Aber es ist vielleicht auch angesichts der Entwicklung bei Flatter fraglich, ob da noch Energie hineinzustecken sei. Aber der Weg, wie da die Podcasts reinkamen, der war anfangs eine OPM-Datei. Da gab es, glaube ich, die Tage schon ein paar Worte zu. Es ist ein bisschen umständlich, das zu produzieren. Nicht ganz so schlimm, wenn man weiß, was man tut. Aber es ist ein bisschen umständlich. Die wurden dann hochgeladen und dann war man glücklich. Oder aber, da die meisten Leute sowieso dasselbe hören, war oftmals das, was importiert werden sollte, sowieso schon drin. Da dachte ich mir, machst du eine Suchfunktion für diejenigen, die keine Lust haben oder keine Zeit haben, was hochzuladen. Die Suchfunktion führte dann irgendwann dazu, dass ich merkte, ups, du hast ja schon wieder ein Verzeichnis. Oder zumindest etwas, das für ein Verzeichnis taugen könnte oder für irgendwas, was in die Richtung geht. Die Suchfunktion hat mich allerdings irgendwie so ein bisschen elektrisiert. Ich habe da nächtelang dran verbracht und irgendwann merkte ich, das ist ja eigentlich ganz cool. Du kannst ja sogar nach Begriffen suchen. Du kannst ja suchen, wann hat Podcast XY über das Thema Apple Keynote geredet. Hat er mir die Folge zu ausgespuckt. Fand ich faszinierend. Suchmaschinen sind sowieso ein faszinierendes Ding. Und als dann so langsam, aber sicher, Fletter wirklich den Bach abging in meinen Augen, dachte ich mir, komm, die Suchmaschine holst du mal beiseite. Du rettest das alles mal. Nimmst du mal beiseite und siehst zu, dass du aus der Kiste was machst. Den Rest, naja, lässt er halt mal stehen und lässt er gären und mal gucken, was passiert. Und immer abends, wenn dann der Kleine endlich geschlafen hat und alles erledigt war, so gegen 23 Uhr, ihr werdet merken, ich flatter gerne um Mitternacht herum. Flatter? Twitter um Mitternacht herum. Habe ich ein bisschen an dem ganzen Ding weitergearbeitet. Ich gehe mal einen weiter. So sieht dann ungefähr die normale Entschuldigung, ja, es lag gestern auf der Hand, weil Plätzchen ist einfach so ein schönes Wort. Und wenn ich danach suche, kommen nicht so fürchtlich viele Suchergebnisse. Übrigens direkt darunter, ihr seht es, als zweites kommt das Kuchenradio. Das ist so die durchschnittliche Sichtweise, die man hat, auch schon vorher, also in den ersten Versionen, was passiert, wenn ich etwas suche und vor allem, wenn ich etwas finde. Es bot sich aber dann an, zu sagen, ich nehme eine uralte Idee, die ich 2012 eigentlich schon irgendwie ausgebrütet habe, nämlich sowas zu machen wie, lass doch die Hörer in irgendeiner Art und Weise sich über das Thema Podcast-Episoden vernetzen. Damals hatte ich das noch versucht in WordPress unter der Haube der Hörsuppe zu machen, bin daran kläglich gescheitert. Ich hatte App.net auserkoren als das Backend, mit dessen Hilfe ich das machen wollte, die Geschichte gezeigt, wohin es geführt hat. Jetzt hatte ich das wieder ausgegraben und dachte mir, fang doch mal mit etwas Leichtem an, nämlich mit der Kuration. Ihr seht das da ganz links unter dem kleinen Bildchen vom Lieblingsplätzchen. Wenn man das auf... Oh, verdammt. Ich gehe mal ein bisschen vor. Wenn man das anklickt, das Ding, kommt man zu sowas. Es geht ein kleines Fensterchen auf, und ihr könnt das einer Kuration zuweisen, die ihr vorher erstellt habt. Ihr meldet euch an, das sind der Nutzer, das komme ich gleich noch zu, ihr meldet euch an. Ihr könnt eine Kuration anlegen und dann könnt ihr sagen, hier das Twitter-Radio hätte ich gerne bitte in meiner Kuration Nullnummern. Nullnummern, das ist etwas, das ich mit der Hörsuppe jetzt angefangen habe. Das sind jeweils die ersten zwei Episoden eines Podcasts, der jetzt gerade frisch gestartet hat und der natürlich auch irgendwie zu mir in die Datenbank gefunden hat. Das nur nebenbei. Das war so eine Fingerübung, um zu gucken, wie kann ich mit den Inhalten der Datenbank umgehen. Muss ich zum Beispiel den Feed, der daraus erwächst, den kann man hier zum Beispiel sehen. Steht ja alle drauf. Das ist total spannend. Baue ich den zum Beispiel selber wieder auf? Nehme ich also das Enclosure, nehme ich die Description, baue das alles wieder selber auf? Oder aber, und dazu habe ich mich dann am Ende entschieden, ich nehme wirklich das raue, das blanke Eisen, das XML aus dem Ursprungsfeed und paste das hier im Wesentlichen rein. Das ist zwar ein Problem, weil es hinterher durchaus dazu führen kann, dass ein Feed nicht valide ist, ist bis jetzt aber glücklicherweise nicht passiert und ich schaue mal, was dann weitergeht. Hat den Vorteil, dass ich so Dinge wie das Flattern einer Episode, seht ihr ganz unten am Rand, tatsächlich immer noch mit mir rumtrage. Also sollte jemand einen Podcatcher benutzen, der das noch unterstützt, herzlichen Glückwunsch. Ihr könnt es danach immer noch tun, auch in einer Kuration. Die Kuration benötigt einen Nutzeraccount. Ganz am Anfang habe ich das über ein Ohr auf mit Twitter gemacht. Das heißt, ihr habt euch über Twitter Beifütter angemeldet und konntet das dann machen. Irgendwann gab es so zwei, drei Leute, die mich davon überzeugt haben, ne, 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 macht man eine richtige Userverwaltung. Das war auch der richtige Weg hundertprozentig. Ihr könnt euch einen eigenen Account klicken. Es gibt Menschen, die können, naja, ihr kennt das aus Twitter, Facebook und Co. eure Profilseite anschauen, könnt sehen, was der so tut. Ihr könnt die Kuration sehen, ihr könnt Sammlung sehen, kommen wir gleich noch dazu. Ihr könnt das natürlich alles anständig verwalten und ein super tolles Bild reinklicken. Das ist 15 Jahre alt, da war ich noch jung und hatte auch keine Haare. Ihr könnt eure Inhalte verwalten, in dem Fall hier eine Kuration. Welche war das hier? Ich glaube, die Geschichtskuration, genau. Das ist ein Feed, den ich mir geklickt habe zu allen interessanten Geschichtsfolgen, die mir so über die Finger laufen. Klar, hier nur wieder mal ein Explikator drin, 4000 Hertz, mal relativ überraschend, hier mit den Elementarfragen, Max Mannheimer ist drin. Entschuldigt bitte. Zweites Tool, das hier ist alles auf Episodenebene, also ihr könnt Episoden weitergeben an Menschen. Diese Kuration, diesen Feed können beliebig viele Menschen abonnieren. Ihr könnt also in die Podcatcher andere Menschen hinein senden, wenn ihr das möchtet. Zweites Tool, das ein wenig grobschlechtiger daherkommt, das ist der Hammer im Wesentlichen, das eine hier war die Pfeile, das hier ist der Hammer, das sind die Sammlungen. Wispod, schönes Beispiel, ist im Wesentlichen eine Sammlung, nämlich, ich habe 20 Podcasts, die gefallen mir, die haben ein Thema, nämlich Wissenschaft und die möchte ich in einer Sammlung haben. Das ist nicht ganz so spannend vielleicht wie eine Kuration, weil man auch nicht so viele Dinge damit tun kann. Man kann am Ende ein OPML rausrendern, das heißt eine Liste erzeugen, die von eigentlich allen bekannten Podcatchern übernommen werden kann, die dann automatisch auch abonniert werden. Ihr könnt sie natürlich teilen, sprich es gibt auch eine Webseite zu dem Thema, das heißt, Wispod möchte das bekannt machen, geht hin, Twitter, verlinkt es und dann kommst du auf diese Liste und kannst dann auch durchaus einzelne Podcasts da rausholen oder gehst in einen Podcast hinein und guckst, was sind da für Episoden drin und, und, und. Komme ich jetzt hier drauf? Ich habe es vergessen, vielleicht wollte ich, ach doch, ja. Da ist der Sammelbutton, das sieht man hier irgendwie deshalb ein bisschen schlecht, weil das so hell ist. Sammeln geht genau wie das Kuratieren über einen Button und dann gehen die Sammlungen, die man sich angelegt hat, auf und dann fügt man dir der einfach nur mit einem Klick hinzu. Das geht relativ flott. Das kommt am Ende raus. Hier für euch Ingenieurinnen und Ingenieure bestimmt spannend. Für den Rest eher nicht. Ja, was ist das denn alles nun? Jetzt habe ich über Kuration und über Sammlung geredet und das ist alles so ein bisschen, was ist es denn nun alles? Der Tim hat eben von einem Verzeichnis geredet. Ich habe mit einer Suchmaschine angefangen. Es wirkt alles auch ein bisschen wie ein Netzwerk. Man kann auch Podcasts folgen. Dazu werde ich aber nicht so arg viel erzählen, weil das noch nicht sehr ausgekoren ist. Ist es eine Suchmaschine? Ist es ein Netzwerk? Das ist das, was Tim glaubt, dass es ist. Kennt ihr? Es ist ein Verzeichnis. Das dachte ich am Anfang, was es ist. Also ich warte noch auf den Anruf. Meine Frau glaubt, es ist ein großer Spielplatz. Spaß hast du? Was ihr aber wirklich an die Hand bekommen sollt, sind Werkzeuge. Werkzeuge zu verbreiten, was ihr geil findet. Denn bis jetzt, was hattet ihr an Möglichkeiten? Ihr könnt einen Tweet drüber machen, könnt auf einer Episodenseite verlinken und dann geht man auf die Seite und dann sucht man den Abo-Button. Mit ein bisschen Glück ist der Subscribe-Button vom Pottlauf drauf. Dann ist ja alles schon mal ganz okay. Die Erfahrung zeigt, dass das oft nicht so ist und dann fängt man an zu suchen. Da gibt es vielleicht ein Menü oben in einem Menüpunkt Abonnieren. Dann kommst du da rein und dann ist meistens trotzdem wieder Trauer angesagt. Oftmals sind dann die Feeds des WordPress verlinkt. Aber der Feed zu den Episoden, den sucht man dann weiter. Dann muss man sich entscheiden, nehme ich jetzt einen MP3, nehme ich einen ARC oder vielleicht doch den Opus? Es geht ums Teilen und zwar ums direkte Teilen. Denn auf den Seiten bekommt ihr automatisch schon einen Subscribe-Button angezeigt. Ihr kriegt die Zusammenfassung. Ihr seht die Episoden, die drin sind. Ich will euch nicht davon abhalten, auf die Webseiten der Podcasts zu gehen, um Himmels Willen. Also ich habe kein Interesse daran, hier so einen Einschluss zu machen, wie das viele Podcast-Clients inzwischen im Web machen. Auch die Tage beim Tim. Dass ihr da nicht mehr wegkommt und es keine vernünftigen Links gibt zu den Seiten. Das möchte ich nicht. Ihr sollt das Zeug aber anständig teilen können. Dafür sind diese Werkzeuge gemacht. Denn Mund-zu-Mund-Propaganda ist mit Sicherheit das mächtigste Marketing, das es gibt. Ich habe von Marketing keine Ahnung, wird euch vielleicht schon aufgefallen sein. Ich bin am Ende auch nur Techniker, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wenn euch jemand, dem ihr vertraut, jemand, dem ihr eine bestimmte Eigenschaft zuweist, wie zum Beispiel, jetzt nehmen wir wieder den Herrn Pridlaw, der hat Ahnung von Podcasts und wenn der einen Podcast empfiehlt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass relativ viele Menschen sagen, okay, wenn der das sagt, dann muss ich dann schon mal reingucken. Dann wird es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter euch geben, wenn die einen Wissenschaftspodcast irgendwie empfehlen, dann hat das ein Gewicht. Besorgt euch Gewicht, das ist wichtig. Was ich euch an die Hand geben möchte, sind Werkzeuge, diese Podcast-Episoden, die ihr toll findet, oder die Podcasts zu teilen. Und zwar ohne Schmerzen, mit zwei Klicks, mit einem kleinen Link und für den Empfänger mit einem Klick. Oder sogar ohne Arbeit in die Podcatcher hinein. Das sind dann die Kurationen, es sind die Sammlungen und es sind verlinkte Seiten. Die können dann zum Beispiel so aussehen. Wenn ihr eine Episodenseite auf Twitter teilt, ist da direkt ein kleiner Player drin. Link auf die Episodenseite, könnt ihr dann noch ins Detail gehen, könnt da von mir aus heraus abonnieren, was auch immer ihr wollt. Aber man kann auch direkt im Browser hören. Das Problem ist, dass Twitter das im Moment nur im Browser und in wenigen mobilen Clients anbietet. Die Dritt-Clients machen das leider alle nicht. Da müsst ihr dann auf den Link klicken. Eine Kuration sieht so aus. Habt ihr was kuratiert, was toll ist? Link bei Twitter oder auch bei Facebook funktioniert, glaube ich, genauso gut. Und die Leute kommen direkt auf die Seite, haben aber direkt einen Teaser und wissen, worum es geht. Ja, es sind Tools. Die Daten sind ja da. Es ist eine riesengroße, ich will nicht Datenmüllhalte sagen, aber es ist gewaltig. Es ist jetzt zwar verglichen mit anderen Suchmaschinen, Tatsachnissen, wie auch immer ihr es nennen möchtet, nicht so arg viel. Es sind 13.000 Podcasts im Moment drin, knapp über eine Million Episoden. Es ist, glaube ich, im Wesentlichen alles drin, was deutschsprachig ist und vieles, was natürlich englischsprachig ist. Ich erweitere das auch Tag für Tag um mehrere hundert. Das wächst aber mit Bedacht, weil ich nicht in die Situation reinlaufen möchte, dass irgendwann so der Tipping Point erreicht ist, wo Schluss ist und die Kiste langsam wird. Denn es ist nur eine Kiste aktuell, die das tut. Und es gibt uns doch die Gelegenheit, das, was da draußen im Web rumschwirrt, mit den Daten, die ich in der Datenbank habe, zu verknüpfen. Zum Beispiel mit Bookmarklets. Der Simon, Walter, da war es das, hatte die großartige Idee, hinzugehen und zu sagen, pass mal auf, wenn doch jemand eine Episode irgendwie bei Twitter oder sonst irgendwo verlinkt, dann mach doch ein Bookmarklet, das diese Webseite holt, nachguckt, was ist das für eine Episode und sie direkt in den persönlichen Feed schmeißt. Das heißt, ihr könnt auf so einer Episodenseite mithilfe eines Bookmarklets, Dokumentation gibt es auf der Webseite, direkt das Zeug in euren eigenen persönlichen Feed reinpushen. Geile Sache. Danke, Simon. Benutze ich tatsächlich sehr oft. Das Schlusswort, denn ihr habt alle Hunger und ich hoffe, es funktioniert technisch, das überlasse ich jemandem anderen. Da ist noch jemand anderes dabei, den habe ich ein bisschen weggeschnitten, weil der schadet meinem Marketing. Ich habe schon drei Use Cases gefunden, die es mir wert sind, das zu tun. Der erste Use Case ist, ich mache mir einen persönlichen Podcast-Feed, den ich in meinem Podcatcher abonniere und schwupp, kann ich halt in Podcast-Episoden, die ich so im Web finde, reinhören, ohne mir die Url irgendwie aus Handy zu schicken und dann irgendwie merkwürdig Urls zu kopieren. Es ist total praktisch. Ich habe einfach nur ein Feed abonniert, meine persönliche Podcast-Kuration bei Feed und kann mir selbst da Episoden anderer Leute reinklicken. Ja, aber habe ich das nicht sowieso in meinem Podcatcher? Ich habe doch Podcasts abonniert und der Use Case ist nicht meiner. Das passiert mir ständig, dass ich irgendwie auf Twitter oder auf Facebook irgendwie was lese. Nee, bei mir gar nicht. Oder sonst wie was und dann klicke ich da drauf und dann ist man da oder eben mit dieser Suche was finde und dann klicke ich mir das in meine Kuration und tschack, habe ich das auf meinem Feed. Andere Use Cases, vielleicht interessanter für dich, meine Frau hört auch Podcasts. Meine auch. Tatsächlich. Und deren Handy habe ich halt fast nie in der Hand. Das heißt, wenn ich meiner Frau einen Podcast empfehlen will und sie fragt schon manchmal so, mein Podcatcher ist leer, ich höre gerne Viva Britannia, was soll ich denn jetzt hören? Da kann ich ihr was sagen, aber dann muss sie das erst suchen. Jetzt habe ich eine Podcast-Kubation angelegt, die halt nur meine Frau abonniert hat, die kennt halt kein anderer und ich kann halt mit irgendwie einem Klick im Netz kann ich ihr eine Podcast-Episode meiner Wahl auf ihr Handy schicken. Ja, das heißt, du gehörst also, bist praktisch Lügen-Podcaster und manipulierst deine Frau System-Podcaster. Genau. So, dann kann sie halt entscheiden, ob sie den Feed abonnieren will oder nicht und ja, habe ich noch irgendwie eine öffentliche Kuration, wo halt irgendwie alle irgendwie reinhören können, keine Ahnung, das ist total praktisch. Ich finde das eine geile Idee. Danke, Tobi. Danke. Der Holgi ist da offensichtlich ein bisschen skeptischer, aber das macht nichts, das macht überhaupt nichts, denn Tobi hat recht. Gerade dieses Ding, das mache ich tatsächlich, das machen wir bei uns zu Hause auch, also ich habe da schon einen angelegt, eine Kuration angelegt, da meiner Frau Zeus in den Podcatcher zu spülen, weil das immer sehr, sehr umständlich war, zu sagen, dann geh mal da hin, mach mal das, klick mal das, such den mal und es hat dann oftmals überhaupt nicht funktioniert und der Frust hat dann schlicht und ergreifend dazu geführt, dass es gar nicht gemacht hat. Ja, im Wesentlichen wäre ich durch. Jetzt muss ich mal gucken. Hier habe ich einen Fehler. Das Thema Verzeichnis habe ich, wie ihr vielleicht gemerkt habt, gar nicht so sehr angesprochen. Das kommt dann einfach beim nächsten Mal, weil dafür muss ich noch viel, viel arbeiten, saubere Strukturen da reinbringen, die im Moment so noch nicht herrschen und dann können wir über ein Verzeichnis reden, Tim. Er hört gar nicht zu. Danke. Mahlzeit. Da gibt es auch diese Funktion Podcast Claimen. Ja. Kannst du dazu was noch zu sagen? Ja, sicher gerne. Warum soll ich das machen und warum ist es noch so kompliziert? Das ist nicht kompliziert. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Ist das irgendwie geplant zu integrieren in PodLab zum Beispiel? Es ist nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellen möchte. Also, ein Podcast zu Claimen bedeutet, dass ihr euch einen Account geschossen habt. Der Martin macht sich ein und sagt, Staatsbürgerkunde gehört mir. Meins. Dazu drückt er dann einen Button, den Claim-Button und dann kriegt er einen Code angezeigt und eine Mail. Der steht dann drin, pass mal auf, lieber Martin, nimm diesen Code, das ist, was weiß ich, 32-stelliger String. Nimm den und bring den irgendwie in deinen Feed rein. Entweder in die Shownotes, was nicht so schön ist, weil dann steht da irgendwie so ein 32-stelliger String in den Shownotes und jeder fragt sich, was will der? Irgendeine Verschwörungstheorie nach vorne bringen. Oder aber, oder aber, und das gibt es jetzt in der 2-4-Beta des PodLab-Publiscers, da gibt es jetzt ein Fit-Modul, da gibt es dann ein kleines Fensterchen, da gibt es eine kleine Zeile, da könnt ihr diesen Code reinpasten, drückt auf OK und dann macht PodLab das für euch und setzt in den Feed an einer Stelle, wo man es dann hinterher nicht sieht, außer der Importer meiner Seite, sieht dann den Code und weiß, okay, an dem Feed kann eigentlich ja nur der Benutzer, der Besitzer rumfummeln. Und da steht der richtige String drin, den ich dem Martin mitgeteilt habe, also gehe ich mal davon aus, dass der Martin, oder dieser User, dem ich das geschickt habe, auch wirklich der Besitzer, die Besitzerin dieses Feeds, dieses Podcasts ist. Man könnte das natürlich ein bisschen einfacher versuchen zu gestalten. Ich möchte es aber auch sicher gestalten und ich möchte wirklich verhindern, dass irgendjemand darauf dann irgendwann Zugriff hat. Es gibt da im Moment nicht viele Tools für die Besitzer innen. Es gibt, check bitte nochmal den Feed und hol bitte nochmal das Bild neu, weil ich das Bild aktualisiert habe oder irgendetwas anderes ist. Es sollen aber auch noch andere Tools dazukommen, wie zum Beispiel, lösch mir bitte die Episode raus oder Sortieren von Feeds und, und, und. Aber, die 2.4 Beta, die wird es machen und ich nehme nur schwer an, in der 2.4 wird es dann endgültig drin sein. Nur eine kurze technische Frage, wenn man das über die Shownotes macht und irgendwann dann diese Episode unten aus dem Feed rausläuft, bleibt das dann trotzdem geclaimt oder wird das dann wieder endclaimed? Nein, entclaimed wird es aktuell nicht. Es wäre natürlich schöner, wenn es immer drin bliebe, deshalb ist der beste Weg tatsächlich das Modul vom Podlove oder selber das in einen Tag reinbringen. Ich würde es jetzt nicht endclaimen. Google macht das ja mit den Webmaster Tools. Da werden viele nicht können, die nicht Podlove benutzen. Genau, die müssen es anders machen. Dann muss man mal reinschauen, wie da die Möglichkeiten sind. Es gibt einen tollen Podcast-Publisher, den kenne ich, da könnte ich ein Modul anbieten für. Den kann nicht jeder nutzen. Den kannst du nicht mehr. Ich liebe es. Also, die nicht mehr. Ich liebe es. Das ist das type, die nicht mehr. Du bist das nicht mehr. Ich liebe es. Ich liebe es. Und ich bin jetzt. Du bist der einfach, Vielen Dank.